Musik Erkläre ich euch, Prinz Frank von Gürz am See und euch von Fluencia Melina im Namen aller Koblenzer Schengel und im Namen der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval von heute Abend bis Aschermittwoch zum Solitätenbar unserer Rhein-Busel-Stadt. Musik Als äußeres Zeichen eures Amtes überreichen euch die Qualitäten der Session 2015 Daniela Blumenzer und Eric Eierstock das Narrenzäpfer. Lieber Eric, du hast das Wort. Lieber Prinz Frank vom Gürz am schönen See, verehrte Confluencia Melina, wir gelogen euch unsere Treue in der kommenden Session und wünschen euch vom ganzen Herzen viel, viel Glück, viel Erfolg, viel Gesundheit. Ganz nach dem Motto, genießt jeden Augenblick, denn der, der kommt nie zurück. Bringt eure Freude in jeden Saal hinein, der wird jeder narren Herzen euer sein. Ich wünsche euch eine wunderschöne Session, habt viel, viel Spaß, wir werden euch überall bejubeln, wo wir euch sehen. Und nun kommt die Zeit, mein lieber Prinz Frank, wo du lange drauf gewartet hast. Immer mit der Ruhe. Lieber Frank, hiermit überreiche ich dir die Macht über die Koblenzer Narreteien. Das Zepter! Wir haben eine kurze Session vor uns, kurz, knackig, aber prägnant. Wir wollen mit euch zusammen Spaß haben und das werden wir auch hinkriegen. Ich habe jetzt genug geschätzt, die Session ist, wie gesagt, kurz und so sollen meine Worte auch jetzt enden. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen tollen Abend und das Ganze gemeinsam mit euch mit einem dreifach neuer gewalteten Korrelenzen! Ja! Usaren! Ja! AKK! Ja! Vielen Dank und nun spricht zu euch die lebreizende Dame Konfluenzia, Berliner. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich nach 23 Jahren, 3 Monaten, 7 Tagen, 6 Stunden und ungefähr der 55 Minuten, endlich Konfluenzia sein darf. Sie lassen uns aufzurufen auf eine tolle Session, auf das Koblenzer an Aschermittwoch im Lächeln erstrahlt, als einfach ein Moselhalle erwählende Probilenz! Bravo! Info! Bravo! Probilenz! Bravo! 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 Bravo!